Und herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege, bei mir Tear Pictures Gaming, natürlich zusammen mit Angelus2001 und mit ihm genau hier, ne, eigentlich bekannt bei euch als Gamer of Pro oder halt jetzt neuerdings The Gamer. Hallo, die sollen den letzten Part gucken, wenn die wissen wollen, wer ich bin. Uh, geheimnisvoll, machst du einen auf geheimnisvoll? Nein, ich will, ich will das, den letzten Part von mir gucken. Achso, ja, das ist auch gut. Ich bin so gut. Ja, ich habe ja meine Facebook-Seite jetzt auch schon als Werbe-Page umprogrammiert. Nächstes Mal. Wow. Hard ins Business einsteigen. Ja. Ja, bei mir ist das eigentlich auch ne Werbe-Page, aber irgendwie auch doch nicht so, weil... Meine Facebook-Page ist immer noch nicht hart. Ich benutze meine Facebook-Page. Ja, ich benutze sie selten, aber manchmal halt schon. Nur ein bisschen was. Ich benutze die eigentlich immer, wenn das halt irgendwie damit zu tun hat, wenn es irgendwo so bei Sachen hier... Ja, eigentlich nur, wenn es darum geht, dass man sich halt irgendwo mit Facebook anmelden kann, weißt du? Wo ich mich sonst so, mir keinen Account erstellen würde oder so, dann mache ich halt Facebook-Anmeldung. Ja, ja, ich weiß. Zwar haben die alle richtig gute Level, das sind Spieler suchen und Spieler... Also inzwischen nicht mehr, aber eben waren es halt noch Spieler suchen und Spieler suchen und Spieler suchen und Spieler suchen. Ah, ich hab' ein Level 75er, okay. Oh, schön. Ich hab' ein Level 75er, okay. Wir haben gewonnen. Boah. Der eine ist... Der eine ist Groove, der Rest gibt uns hinterher Headshots. Ja. Mit der... mit dem Revolver NoScope. Hm. Krisek. Ja, wir sind alle so in den... Mit... mit dem Schild. Ja, okay, wir... Wir bewegen uns so hauptsächlich, also unser Durchschnitt muss irgendwo so bei 20 liegen. Was? So bei Mitte 20 vom Level her muss unser Durchschnitt liegen. Ja, das ist komplett egal im Casual. Du wirst mit denen gematcht, die halt grad online sind. Ja. Und es ist ja auch wirklich eigentlich egal, was man für ein Level ist bei dem Spiel. Nee, ist das nicht. Ja, wieso? Ich bin ziemlich scheiße in dem Spiel. Das ist halt... Ja, okay. Ja, okay. Das ist halt... Ja, wir haben Deutsche. Ja, ja, ernsthaft wegen einer Person. Ja, Deutsche sind richtig tolle. Warte, warte. Kann ich mir sagen. Überall. Ich hasse Deutsche. Ja. Noch schlimmer sind nur Franzosen. Ehrlich. Es ist ja wohl die Krönung. Soll ich jetzt noch Nein dazu schreiben? Krönungsspeziale. Nein, mach's nicht, Alter. Reiz sie nicht. Schlecks auf der 13. Ha, ha, ha. Geil. Augsburger Pilsner. Mindestens. Himmelbemir. He, 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 He. Himmelbemir. Die hrmer fuchs dein, wenn du willst. Hmm. Richtig Töfte. Sehr schön, sehr schön. Da wird doch der Hund in der Falle verrückt. Hast du nicht gesagt! Oh wow! Der ganzen Tag in der Pan relocated! Das ist doch mal wirklich ein Diggaunt! Nein bitte nicht! Nicht das Rad! Oh Gott ey! Steve! Kann mir doch einer einen Storch! Was heißt Storch auf Englisch? Stork? Keine Ahnung! Das heißt irgendwie anders... Mein lieber Mann! Mein lieber Scholli! Ja was ist das denn? Das geht doch gar nicht! Alter ich glaube wir suchen jetzt ewig nach einem... Sag mal bist du unklug? Bist du unklug? KL OK! Ich bin so klug! KL K K Ja vor allem weil nicht in EU ne? Find ich gut! Ja die sind Kanada? Mh Ubisoft kann man das Kanada! Kann er hier Kanada ne? Und wenn er hier kann wenn er da kann kann er überall anders auch! Ich mein ne? Ich weiß echt nicht wo die Europa Rainbow Six Siege Server stehen! Weiß ich auch nicht aber Ubisoft Europa sitzt in Frankreich! Und wahrscheinlich Frankreich! Glaube ich zumindest dass Ubisoft EU in Frankreich sitzt! Diese Skulptur ist aus dem Jahre 1! Jetzt kannst du auch starten jetzt sind beide Teams 4-4! Ja aber es müssen beide 5-5 sein! Voll ätzend! Da hat er schon irgendwie ein bisschen recht! Wär jetzt ich oder er? Der Typ ja dass man nicht einfach mit 4-4 starten kann! Ist schon ein bisschen ätzend! So ist halt das Spiel! Hey cool! Nehmen sie Platze weg! Nehmen sie Platze weg! Dieser Server ist äußerst! Anscheinlich! Ey besser als die koreanischen Server wie sie hier genannt werden! Wo du ähm quasi Gummiband-Effekt hast! Hast! Ok! Wo du dich quasi nicht bewegen kannst und immer zurückgezogen wirst! Nice! Die sind halt richtig behindert! Ja! Wollen wir kurz nochmal suchen? Hallo! Warte warte! Hallo! Ich weiß nicht! Oh mein Gott! Ich möchte jetzt halt auch nicht die Leute hier endgültig komplett enttäuschen! Hey Christian Kaffee's alle! Ja! Ich möchte die Leute jetzt auch nicht endgültig komplett enttäuschen! Okay! Da fängt er gleich ein! Ich höre mir jetzt einfach 9! Ok! Es ist nicht schwer! Dein Getränk-Pilznerart auch! Dein Getränk-Pilznerart auch! Uuuuuh! Ich hole mir gleich eine Coca-Cola! Ich hab ne Kaffeemaschine neben mir stehen! Ich nicht! Ich hab gar keine Cola hier! Hm! Bestimmt, Cola hab ich auch noch! Product Placement! Nein! Wir kriegen kein Geld dafür! Also bestimmt! Dieses braune, zuckersüße Koffein-Getränk! Ja, ich trink jetzt wieder das beste Getränk der Welt! Monster! Monster Energy! Monster Energy! Meinst doch wohl Pepsi! I? Pepsi Max, mein Freund! Zwinker, Zwinker! Was? Ist für mich jetzt... Was jetzt mit Lidl? Hä, was mit Lidl? Ich glaub Lidl, Bier! Äh, wollen wir vielleicht... Also... Aldi Süd, Digger! Ich weiß nicht... Ne neue Lobby suchen? Auch wenn die sehr lustig ist! Hey! Das ging schnell! Naja, ich bin halt... Squad Leader, Digger! Das eskalatet quickly! Oh... Nicht, dass die jetzt denken irgendwie, wir haben was gegen deren Witze! Klasse Deutsche! Echt? Was? Der kauft bei dir einen? Nein, wir gehen! Ja, ist echt so! Ist echt so! Hä? Er ist Ossi! Er kommt bei Aldi Süd ein! Ne? Er kommt... Er kommt aus München, er ist kein... Also... Aldi Nord oder gar nicht? Also ganz ehrlich, Aldi Nord oder gar nicht? Nee, aber bei Lidl kaufe ich echt nicht! Kann ich auch nicht kaufen, irgendwie... Ich lasse einen kaufen! Ja okay, jetzt Product Placement! Okay, okay! Also ich habe hier dieses schön... Formschöne Samsung Galaxy S3 von der Firma Samsung! Es funktioniert wirklich sehr gut! Nein! Hier, ne? Also das... Das Gamescom Camp 2013 wurde von... Von Vodafone gesponsort! Ich habe hier Paprika-Chips von... Ey! Hostage! 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 In... Ich mache jetzt so... Ich weisse... Hier... Best... Ne? Beste Art wie man... Wie man in einen Livestream seinen Werbebanner einbindet! Ich halte es so oben vor die Kamera! So ein Armbag von Gamescom Camp! Werbebanner! Es tut uns leid, dass das jetzt... Der Part-Anfang jetzt so lange gedauert hat! Ähm, wer will wen? Was soll ich? Äh, ne... Was hast du noch? Also ne Mute, ne? Weil... Weil... Mute, weil... Weil... Mute, weil Multiplayer! Guck mal, mein französischer Freund! Dein französischer Freund! Ja, wir sind... Ich, ich und der Doc sind doch so gleich spezial! So lössig! Guck mal, mein Twitch, ne? Die hat immer fast keinen französischen Akzent! Ich erwische immer die Leute, die weniger starken Akzent haben! Er... Hier zum Beispiel letztes Mal... Hat Chris... Letztes Mal, als wir in Deutschland da das gemacht haben... Hat Chris, ähm, mit dem IQ gespielt, ne? Alter, die hat so einen schlimmen deutschen Akzent! Ja, die hat richtig deutschen Akzent! Das ist so hart! Ich brauche nix! Weil ich brüllt sie! Ja, das stimmt! Sie brüllt die ganze Zeit wie sonst was! Ey, Alter, die ganze Zeit ging nicht so... Äh... Ah, da macht keinen Sinn! Einmal hier, bitte! Einmal einen Jammer nach da! Oh, wo kommen die Drohnen durch? Ah, hier! Okay! Nein! Das war's Drohne! Okay, dann mach ich halt noch mal ein bisschen... Bei mir noch hier, Reinforcements? Ja, dann mach ich mal hier bei Reinforcements noch ein... Hier, hier, hier! Bei mir! Jammer! Hier eine Wand noch! Hallo, Rüstung! Ja... So, Rüstung brauche ich noch schnell! Wo ist die Rüstung? Da! Die brauche ich noch schnell! Sehr gut! So, jetzt habe ich auch Rüstung! Scheiß Drohne hat mich so abgelenkt, so dass ich gar nichts mit Reinforcements habe! Okay... Äh... Hast du schon Rüstung? Ja! Ich schon! Der andere! Ne, ich habe die Tasche da hinge... Ja, okay! Nice! Ne, ich habe die Tasche da hingelegt, weil sie Twitch haben, weil Twitch kann ja nicht springen... Okay, immer schön aufpassen, hier mit der Lücke, ne? Ja, da musst du nur aufpassen! In dieser Regallücke! Denn die ist sehr tückisch! Die ist sehr tückisch! Äh... Ne, kann sie nicht! Ey, warum machen die das da drüben? Die wissen, dass da keiner reinkommen kann durch den Raum dann, ne? Durch diesen Kürraum! Doch, die kann sich da reinsprengen! Echt? Ja! Kann sich überall reinsprengen! Ich dachte, in den kann man nicht reinsprengen! Ich dachte, der hätte komplett sichere Wände! Ne! Oh, der Wein ist aus dem Jahrgang! Echt? Welcher denn? Pixel! Echt? Oh, krass! Ah! Und ich dachte, es wäre ein echter 2005er Pinot? Alter! Ah, Quatsch! Sorry! Sorry! Alter! Ich dachte hier gerade erst schon... Scheiße! Das war jetzt Friendly Fire! Der war gerade... Das war Mist! Das tat mir echt leid gerade! Da habe ich einfach... Das war gerade ein bisschen teilig! Ich habe ein Sketch-Set erwischt! Oh, am Ort Arsch an hinter der Tür? Ja! Wir sind gerade alle ein bisschen, ähm... Wir sind gerade nicht so die richtige Skill-Runde! Ja, die haben auch Ash! Die haben auch Ash! Nein! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Da ist jemand... Ich bin tot! Da, dahinter im Schild! Da ist jemand... Genau! Ja! Wo geht der raus? Okay, da bei ihm ist, ähm... Twitch! Alter! Äh, versuch ihn durch das... Durch... Durch das Glas zu erwischen! So... Gibt... So gut wie keine Dinger mehr... Keine Kameras mehr, Scheiße! Ah! Nee, die sind in der Hand... In der Garage! Ouch! Ah, das tut schon wieder so ein bisschen weh... Und mir tat das echt leid, dass ich auch so den Friendly Fire auf den Typen gemacht habe... Das war so dumm von mir... Nur erst dachte ich so... Nee, okay, der steht ja nur so... Und dann... Dann... Hab ich das Symbol gerade fälschlicherweise für ein feindliches gehalten... Feinde werden doch einfach hier... Der wird dir doch immer angezeigt... Dein Freund... Nee, Feinde werden dir angezeigt, wenn du auf sie zielst... Fuse oder Twitch, was soll ich werden? Nehmen... Äh... Wir haben Hostage... Hostage... Nimm ich Twitch... Hm... Christ, was nimmst du? Ich bin mal für nen Hedger... Okay... Thermite... Dann nehm ich... Dann nehm ich Snatch... Bisschen Breach Charge... Nee, aber ich hatte eben den Kapkan, weißt du... Hat dich eben halt für nen Angreifer irgendwie vom Symbol her gehalten... Ach komm... War ein bisschen... Stupid von mir... Ja, aber der Kapkan kann auch kein Angreifer sein, die sind nicht Küche... Hier, das ist mir auch klar... Wie gesagt, ich hab das Symbol verwechselt... Ah, die sind hier, die sind hier bei mir... Hm... Hat ein bisschen drauf... Oben sind sie? Ne, 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 die sind hier... Hier heißt... Jetzt muss ich selber mal diese Frage stellen... Genau da, da ist einer markiert... Da, geil, da... Ich bin eben durch Kitschen durchgefahren... Ja, du musst weiter... Ah, Mist... Ey, ich hab keine Ahnung, wo die sind... Die haben Block und Roof... Wo waren wir längs? Im guten Russland... Sorry... Ey, renn mir nicht mehr hinterher! Sorry... Dann geh ins Sight... Second floor... Wo? Ich war Kira... Aha... Hast du die Hostet schon? Ja, die ist da oben auch... Da oben haben sie alles verricadiert... Ok... Ich konnte nicht ganz zu ihr hin kommen... Soll ich... Soll ich meine Schockdrohne einfach mal reinschicken? Wer noch nicht... Sch... 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 Ah, warte... Ich... Ich geh Chris hinterher, damit er da nicht ganz allein ist... Ne, 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 ne... Das mach ich nur zur Ablenkung... Ok, ok, ok... 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 Die müssen da drüben sein... Ich hör sie... Sie sind in dem Raum vor der Küche... Müssten... Also müssten sie sein... Die sind oben... Die sind nicht in der Küche... Vorm Raum für mich... Ne, die sind im ersten Stock, ja... Das ist... Äh... Ich kann Wände auf sprengen... Bisschen... Warte es nicht in den Faust... Ah, die sind, äh... Zugraum... Äh... Mh... Ah, ok... Ja... Äh... Guck mal, guck mal erst mal... Ok, die haben ne Sega-Gadget... Oh... Wow... Fuck... Hier ist Kapka... Kapka-Draht... Ich brauch den blöden... Ich brauch den... Hier muss mit Sicherheit noch ne Kamera sein... Oh, die haben Castle... Einer von denen ist raus... Ok... Ah... Ah, fuck... Fuck... Den hab ich nicht gesehen... Castle... Äh... MP5... Ah, der Kapka-Draht ist um... Der Kapka-Draht ist um den dritten Stock... Ähm... Äh... Kann der Thurmband mal etwas... Sinnvolles machen? Wie sich da rein sprengen... Alter... Kann er nicht einfach mal die Tür da aufsprengen? Genau... Sehr schön... Hey, nur dass du es weißt... Chris, ich bin jetzt bei dir grad drin, ne? Also wenn ich was sage... Gilt's im Zweifel zwar für dich... Ups... Das war ein Schrank... Das war kein Dich, ne? Ich glaub, ihr könnt durch den Kamin nicht... Da war grad einer hinterm Kamin... Oh, fuck... Äh... Ja, dann müsstest du gleich wieder rauskommen... Okay, du bist nur noch mit Glass da... Da, da ist... Da ist... Oh... Okay, Glass hat keine Chance da reinzukommen... Fuck... Mute wieder... Hmm... Wir haben noch Bandits... Aber ich weiß nicht was ich nehm... Äh... Ich nehm... Nehm... Ich nehm... Ich nehm... Ich nehm... Geh... Geh ruhig durch... Ich wollte grad mein Dings hinpacken... Meinen Jammer... Ich nehm... Ich nehm... Fack... Hier ist er nicht ohne? Ah, shit... Ah... Noch eine... Ah... Egal, es lohnt... Lohnt nicht mehr weiterzutun... Lohnt nicht mehr weiterzutun... Lohnt nicht mehr weiterzutun... Lohnt nicht mehr weiterzutun... Wo sind die... Fährt... Wo sind die Rüstung? Äh... Nimm mal deinen Jammer lieber auf... Und stell dir da ein Reinforcement dran... Ja, okay... Ich hab auch noch eine... Ne, ne, ne... Aber jetzt... Jetzt bring dir nix mehr, dass du die... Äh... Wo sind die Rüstung? Ich seh die grad nicht... Ich hab keine gelegt... Achso... Okay... Dankeschön... Als Mute brauche ich die immer ganz dringend... Verständlicherweise... Hier ist ein Mute-Teil hier weg... Wieder von der Tür... Okay... Drunnen sind sowieso alle durch den Kamin gekommen... Aber jetzt zu spät... Boah... Warum macht ihr gar nicht das hier... Das hier unter Strom? Weiß ich nicht... Okay... Er hat die unnützesten Mauern unter Strom gesetzt... Juhu... Ja, deshalb... Wand drauf stellen... Er hätte halt noch den Kamin machen können... Machen sollen... Hat jemand ein Schild oder so? Ja, wollte ich grad hier hinstellen... Nein, nein, nein... Bei dem Kamin! Okay... Dann mach ich... Ist da grad noch frei? Dann... Ja, da ist nicht... Beide ich, beide ich... Ne... Wollte ich jetzt nicht dran machen... Weil da kommen die glaub ich schon... Ist irgendwo ne Drohne noch... In dem Raum... Habt ihr das Loch da gesprengt... Oder waren das die? Wo? Das Loch... Weiß ich nicht... Aber ich werd die ganze Zeit gespottet... Also... Was war das... Macht man das mit Y... Irgendwohin ping? Ja... Mhm... Okay... Ich werd aber nicht gespottet... Wurde schon wieder... Schon zweimal gespottet... Ja... Irgendwo muss ne Drohne liegen... Ja... Aber ist dann auch scheißegal jetzt... Vorne... Vor uns in dem Raum... Scheiße... Es wird keine Kamera... Fuck... Oben... Fuck... Nicht dahin... Norbjörn... Norbjörn... Geh... Nicht dahin... Ja... Die haben ne Kamera hier... Warte ich gucken mal ob ich kameramäßig was machen kann... Okay... Vorsichtig die Ash müsste jetzt gleich jeden Moment da glaube ich wieder kommen oder? Ja da Ash steht an der Ecke... Oh... Oh... Ist kein Ash... Ist ein Termite... Von hinten... Ach Mist... Shit... Gut... Immer noch da... Immer noch da... Fuck... Oh... Oh die sind im Raum... Der ist gedroppt... All Friendlies have been neutralized... Oh... Alter... Mit dem wie wir zusammen spielen... Sind ja noch... Noch... Größere Lobobs als wir... Oh... Man kann doch ein bisschen... Ja... Danke... Aber du bist behindert... Sorry... Nichts gegen dich aber... Ey... Nichts gegen Behinderte... Aber der ist einfach... Er ist zwar Erster... Aber er wusste einfach nichts... Was er machen sollte... Wo sind die jetzt echtes... Ups... Wenn die meinen... Ey was... Ist doch egal... Dann spielen wir halt alleine ne? Hä? Was? Was? Achso schon bis jetzt zu Ende... Ja sorry... Oh... Gewalt... Inkompetenz... Ey komm... Ich... Ich verstehe mal nicht... Was da dran so dramatisch ist... Wenn ich sowas grad mal nicht mitkriege... Wenn du... Wenn du etwas nicht checkst... Das ist es halt... Ja aber... Was ist denn generell da dran so dramatisch... Das ist kein Weltuntergang... Wenn jemand mal was nicht gleich mehr... Ja aber ich... Das ist doch so... Das ist doch so... Man denkt sich nur so... Alter... Wie... Da... Weißt du... Dafür hat man Leute die Kommentare schreiben... Dafür braucht man keine Freunde... Äh... Was? Dafür braucht man keine Freunde... Dafür hat man Leute die Kommentare schreiben... Für sowas... Nicht zu haten? Ja! Ja aber... Sorry... Wirst du die Wahrheit nicht hören oder was? Okay... Dann lüge ich ab jetzt... Ich glaube du bist der schlauestste Mensch die ich je gesehen habe... Ich möchte auch ein Kommentarschreiber sein... Erster! Mach doch! Du bist verändern! Schreib doch bei mir Kommentare! Erster! Ja genau... Eigentlich müsste man das bringen... Man müsste sich eigentlich so ein Kommentarschreiber tatsächlich anstellen... Weißt du... Dem man Geld dafür bezahlt... Dass er immer gute Kommentare schreiben... Machen... Bestimmt... Leute... Hm? Ne... Ne... Nicht Kommentare... Nur Klicks... Ja... Aber was ist... Das bringt doch gar nichts... Natürlich bringt das nichts... Ihr könnt mir sogar vorstellen... Ihr könnt mir sogar vorstellen... Dass das Leute machen... Aber... Aber... Ich weiß... Ja ich weiß auch nicht warum man das machen sollte... Weil eigentlich ist das voll unnötig... Es ist richtig unnötig... Weil ich meine... Ey... Die Kommentare... Man liest sie dann doch sowieso nicht... Wenn man weiß... Dass sie von jemandem sind... Den man engagiert hat... Die Kommentare bringen dir nur... Nur Feedback... Mehr nicht... Die bringen dir einen Scheiß sonst... Die bringen dir... Nur Feedback... Ja... Was willst du... Gekauftes Feedback... Brauchst du nicht... Boom... Hab ich mir das grad ausgedacht... Ich hab das grad... Nein... Du hast es grad angesprochen... Ja... Aber ich hab ja eben grad gesagt... Dass... Ich es unnötig finde... Dann musst du mir nicht nochmal erklären... Dass... Dass es unnötig ist... Wenn ich schon sag... Dass ich es unnötig finde... Warum... Sprichst du es dann an... Wenn du es selbst unnötig findest? Weil ich es unnötig finde... Ne... Hä... Warum? Ich hab es erst angesprochen... Dann ist mir grad klar geworden... Ey... Sowas gibt es glaube ich... Und ich find's unnötig... So... Was ich verstehe nicht... Angreifen... Angreifen... Du willst Glass spielen? Mach doch... Dann bin ich jetzt wohl... Soll ich Thermad oder Twitch? Wen wollt ihr lieber? Was? Thermad oder Twitch... Wen wollt ihr lieber? Kannst gar nicht Twitch nehmen... Ah... Jetzt nicht mehr... Thermad... Thermad ist immer... Äh... Nützlicher... Okay... Die... Hä... Okay... Wir haben eine IQ-Thatcher-Combo... Nice... Dumm nur, dass sie keine Pre-Med-Zeit... Ja... Wär schon cool... Hättest du mal was gesagt... Dann hätt ich IQ genommen... Eigentlich wollte ich irgendwas anderes nehmen... Unter Thatcher... Aber... War schon inspekt... Ja... Was kann der Thatcher nochmal? Ich vergesse es immer wieder... EMP ne? EMP ja... Okay... Aber da campen sich manchmal welche rein... Aber da wir mit Nubels spielen... Ja... Hier... Die sind hier... Die sind direkt unter dem Cockpit... Meinst du endlich mal unter mir? Ja... Ja... Wahrscheinlich... Konferenzraum oder so... Äh... Ja... Sieht so aus... Briefing Room? Haben wir Bombe? Ja... Ja... Wir sind Konferenzraum und Passagierabteil... 10 Sekunden... Äh... Vorderes Passagierabteil... Na... Komm schon... Schade... Ich dachte... Ich dachte... Sie sind echt gut in dem Drohnenverstörung gewesen... Sie finden eine Bombe... Mache den Weg zu seiner Location... Ja, also... Wir haben keine Chance... Wo wollt ihr denn hin? Ich weiß nicht wo du hin willst... Hey, ich wollt eigentlich hier hoch... Da wohnt er jetzt... Da gerade auch... Egal... Was bin ich eigentlich jetzt... Thermite, ne? Already aktiv... Wir haben die Batterien... R.C.S. Ja... Mach auf... Udermann... Gummiband... Ich würd sagen... Da ist keiner... Du hast da keinen... Du Passagierabteil... In... Äh... Flugrichtung... Soll ich mich jetzt... Geehrt fühlen... Weil du mich als Lady bezeichnest? Lady... Ich mach Lady... Du bist doch gar keine Lady... Du bist Thermite... Ich weiß... Du hast übrigens den Infuser... Lass dich nicht töten... Und du bist Thermite... Lass dich einfach nicht töten... Und du bist Thermite... Lass dich nicht töten... Ich hab grad die Kamera... Gezerstört... Ich hab einen gehittet... Bombe A... Okay... Also ne... Vorne... Vor B... Also... Da... Kann ich nicht... Soll ich mal ne Drohne reinwerfen? Ich hab ja noch eine... Ah Mist... Ich hab ihn nicht mehr gekriegt... Der hat mich jetzt auch gekriegt... War ein Puls... Da hinten nicht gesprungen... Ich hab den... Äh wohl... Ich muss sagen... Das ist auch die einzige Aufgabe von Puls... Irgendwo außerhalb des ganzen Geschehens mitzulegen... Ach ihr wurdet von Puls gesnackt? Ja... Puls ist so ne Lonely Klasse... Ok du bist noch draußen... Oh... Ja ok... Die rushen den jetzt... Ja... Ok... Ok... Im Zweifelsfall müsstest du dich bald schon mal nähern... Damit du... Damit du dann... Ähm... Fuck... Ich bin runtergefahren... Mist... Ja... Hab ich gesehen... Scheiße... Oh... Fuck... Mist... Jetzt muss er dich zwangsläufig holen kommen... Dann ist er gleich am Arsch... Das ist... Das macht keinen Unterschied... Weil sie hat ne AUG... Und sie ist... Tot? Ja... Das war dumm... Aber ich hätte alleine auch nichts lassen können... Ja... Was macht sie da? Ja... Er hat ne... Charge... Ah... Ja... Und verteidigen wir mal ein bisschen... Bin mal wieder mute ne? Ja... Ach so geht nicht... Ok... Dann bin ich halt jetzt äh... Doch 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 du kannst du kannst du kannst... Mute... Mute... Ok... Ich hab keinem gewechselt... Gut... Echt nicht... Echt nicht? Magst du Rook... Magst du Rook lieber? Dann würde ich Kerstin nehmen... Äh... Ok... Hier ist nicht so wichtig... Ok... Erstmal ein bisschen... Achso... Vielleicht erst mal... Äh... Ein Jammer hier hin... Ja... Ich bin raus... Ich bin rausgeflogen... Fuck... Oh... Danke Ubisoft Server... Ok... Ich hab jetzt erstmal einen Jammer da vorne geplaced... Aber vielleicht kann ich re... Ok... Wo wollen wir hin? In Briefing Room? Ähm... Chris gehen wir in Briefing Room? Geht mal Briefing Room... Und äh... Also außer da sind die anderen beiden... Sonst geht äh... Ihr halt zu Bomber... Nein ich bin jetzt im Briefing Room... Und da auch alleine im Moment grad... Und hier nur... Ne Drohne ist hier noch... Die muss ich grad nochmal wegkriegen... Oh... Ok... Äh... Smoke kann nicht springen... Hab ich gerade gesehen... Oh... Das ist doof... Hattest du Rüstung eigentlich hingelegt? Ah ne... Ist ja gar keiner Rook... Ist ja gar keiner Rook... Doch ich war... Also warst... Aber ich wollt grad... Äh... Als ich rausgeflogen bin... War schade... Echt doof... Naja... Ich kann nicht... Warte... Ich guck... Ich guck euch mal zu... Falls du... Annimmst... Tobias... Er wartet... Da kommt grad einer von... Ich hab grad versucht jemanden draußen zu töten... So... Jetzt kann ich grad... Was sind zwei? Ne geht grad nicht gut sorry... Ja wo sind zwei? NEIN! NEIN! Oh man... Headshot in der Wien... Der Sack... Aha... Sind die Scheiben... Google sicher? Äh... Ja... Aus der Glass... Achso... Ach scheiße... Scheiße... Ne... Von oben kann man durch Scheiben durchschießen... Echt? Ja... Nur von dem kannst du nicht raus schießen... Das ist total dämlich... Na ok... Ich mein... Aber Glass kann durch sehr sehr viele Wände durchschießen... Fuck bei mir ist einer mit Schild... Bei mir ist einer mit Schild... Kann selbst durch die Castle Wände durchschießen... Fuck... Ok die sind jetzt bei meiner Bombe... Wo ich grad war... Muss sagen welche Bombe... Ja... Ich... Weiß ich grad nicht mehr... Es war B... Die sind jetzt bei B... Also... Falls du das mir gesagt hast... Ich war schon lange tot... Jo... Ok... Ich bin... Ähm... Noch da... Aber... So ein... Flash... Ok... Ok... Sollen wir jetzt raus gehen? Achso... Oh ne... Eine Runde ist ja noch... Ähm... Kann ich dir jetzt zuschauen? Noch mal Twitch... Komm... Sag mal ja... Ich will zuschauen... Achso ja... Klar... Nein... Auch Steam Overlay geht nicht... Was ist denn das? Ich will doch nicht Steam öffnen... Willst... Doch ich will Steam öffnen... So... Ah... Hm... Was ist denn das heute mit den Overlays hier? Voll doof... We need to locate a bomb... Ok... Danach ist dann sowieso neuer Folge... Ey du hast echt Probleme... Mit deinen Overlays immer... Ja ich weiß nicht warum... Das ist immer nur weil ich mit dir spiele weißt du? Hä? Hält dich... Da gibts... Gibts morgen ne Schelle erst... Du musst... Du musst irgendwie so ne... So ne Ausstrahl... Irgendwo sowas ausstrahlen... Wogegen Overlays allergisch sind... Ich geb dir morgen ne Schelle... Halt deine Fresse mal... Suche nicht deine Probleme bei mir... Er ist ein laufender Jammer... Wer? די... Wie das? Ja mit ner Reichweite von von 5 Mrd... Mit ner Reichweite von 5 Mrd ... Mit ner Reichweite von 5 cm... 能st du da nicht betroffen? Weiß ich nicht... Ja also... Ich hab noch nie versucht, Overlay zu öffnen. Okay, da war ne Bombe, ich hab eine gesehen. Mir kann's ja nicht liegen. Wollen wir uns ja nicht mal die Probleme bei mir suchen und wo es bei ihm liegen muss. Ich will unbedingt jemanden mit meinem Slam. Und zwar war die, ähm... Ey, hör mal zu, die Bombe, die eine ist da, wo es in diese eine Suite übergeht. Da darfst du ihn aber nicht headshot. Also irgendwie erste Klasse Abteil oder was das da ist. Okay, ich seh nix. Okay. Fuck. 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 Könnt ihr sehen? Alter! Was? Was bitte? WTF? Wie der da auf dem Boden lag grad. Okay, dann Triple Kill mit nem C4. Du? Nee, der Puls. Ja, schön. Ja, Puls und Capcom, gleich beides, das war super. Absolute Niederlage. Ja, und das, also absoluter geht's nicht. Muss man einfach mal sagen. Nee, du hast recht. Du nicht. Ja, klar. Ähm, natürlich aber erst im nächsten Part. Das ist so ein kleiner Cliffhanger hier. Also, tschüss sag ich. Sagt ihr auch tschüss? Äh, tschüss. Nö? Okay. Dann sag ich nur, ich tschüss. Bis zur nächsten Folge.